Löter, Kage! Weißt du noch der alte Fischer mit 6'10"? Juna, was macht er denn hier? Wechsle nicht das Thema. Er sollte nicht herkommen. Ich wollte helfen, Fürst Sakai. Aber in Yarikawa wäre... wäre ich nutzlos. Lieber nutzlos als tot. Wir suchen vermisste Soldaten. Damit kennt ihr euch nicht aus. Ich kann's lernen... ...und werde euch nicht im Weg sein. Gut. Seid vorsichtig. Und hört auf eure Schwester. Ja, mein Herr. Eine Spur von den Schützen? Sie wurden in der Gegend gesehen. Doch nicht von uns. Sehen wir uns um. Jemand hat sie getötet. Wir waren's nicht. Pfeilwunden. Wo sind die Pfeile? Rausgezogen. Zum Wiederverwenden. War wohl ein guter Schütze. Spuren. Spuren. Drei. Vier Mann. Seht ihr wohin sie gingen? Finden wir's raus. Früher fingen wir hier draußen Grillen. Mindestens einmal pro Woche. Dann bauten wir ihnen kleine Bambuskäfige. Weißt du noch, warum wir hier waren? Um Grillen zu fangen. Nein. Um dich von Mutter wegzubekommen. Wenn sie wütend war und jemandem die Schuld geben wollte, die Grillen beschäftigen. Die Spuren führen zu diesem Haus. Wohnt ihr hier nicht ein Samurai? Wann doch. Taka! Tut mir leid. Du musst vorsichtiger sein. Wir sollten im Haus nachsehen. Ich suche hier draußen. Pfeilspitzen. Boden sehen. Fell für Klebstoff. Der Bär hat ihnen fast alles weggefressen. Vielleicht lebe ich deshalb noch. Er war nicht hungrig. Gosamatten. Sie haben hier geschlafen. Zumindest hat der Bär sie nicht erwischt. Die Schützen waren wohl hier. Jin! Taka! Ich hab etwas! Holz ist noch warm. Die Schützen haben im Haus übernachtet. Sie können nicht weit sein. Sie haben den Mongolen die Sprengfässer gestohlen. Ich mag diese Schützen. Hier sind Spuren. Da sind sie. Sie verstecken sich nicht grundlos. Haltet den Kopf unten und seid leise. Ein Samurai! Lebendig! Kommt hierher! Ihr müsst die Schützen aus Yarikawa sein. Was von ihnen übrig ist. Wir wollten ein Mongolenlager plündern und wurden erwischt. Wir entkamen nur knapp. Was ist mit den anderen? Gefangen. Wir verfolgten sie hierher. Wir helfen bei der Befreiung. Ihr seht mir nicht nach Anfängern aus. Ich bin Daikoku. Jin Sakai. Sakai, hä? Na, solange ihr kein Shimura seid. Sehen wir uns mal das Lager an. Gefangenenkarawane. Die Mongolen sind bereit zum Aufbruch. Sie wollen zu Garnison am anderen Ende von Alt Yarikawa. Wir müssen jetzt zuschlagen, bevor sie aufbrechen. Ja, eure Schützen. Sie sind wohlauf. Je früher wir sie befreien, desto besser. Nur nichts überstürzen. Wir wissen, wo sie hinwollen. Wir können sie in einen Hinterhalt locken. Kein gutes Gelände für einen Hinterhalt. Was ist mit Alt Yarikawa? Dächer zu beiden Straßenseiten. Wir können den geklauten Sprengstoff benutzen. Den habt ihr entdeckt, hm? Gefällt mir, wie ihr denkt. Gut. Los, kommen wir den Mongolen zuvor. Die Mongolen ziehen hier entlang. Taka, geh in einst der Häuser. Nein, ich bleibe hier draußen. Ich kann auch kämpfen. Jin, sag's ihm. Taka kann selbst entscheiden. Dann pass du auch auf ihn auf. Habt ihr Angst? Nein. Nicht wirklich. Ein bisschen. Yuna hat niemals Angst. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Auch wenn es nicht so aussieht. Wir alle haben manchmal Angst. Sogar Yuna. Sogar ihr? Ja. Als die Mongolen meinen Onkel gefangen nahmen, hatte ich Angst. den letzten Teil meiner Familie zu verlieren. So geht es eurer Schwester mit euch. Ohne sie wäre ich tot. Ich auch. Da sind sie. Ich schieße auf die Fässer, wenn sie ganz nah sind. Fürst Sakai, ich bin nicht bereit. Ihr schafft das, Taka. Nehmt eure Angst und nutzt sie. Ja, mein Herr. Jetzt, mein Herr? Noch nicht. Jetzt sind sie nah genug, oder? Keine Gnade. Keine Gnade! Du willst kämpfen? Kämpfen wir! Phoenix! You're the best! No! 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 Okay Geh! Fürst Sakai! Guten Abend, Fürst Sakai. Gute Arbeit, Alpuku. Bringt eure Männer zurück zur Yerikawa-Festung. Ja, sofort. Ich weiß, ihr seid ein Sakai. Doch ihr sagtet nicht, dass ihr der Geist seid. Helft ihr uns, die Belagerung zu beenden? Wenn Uchimasa das erlaubt? Dafür werde ich sorgen. Die Geschichten stimmen also. Ich kenne niemanden, der so kämpft wie ihr. Taka, geh mit Daikuku. Ich will mit Jin reden. Wir sehen uns zu Hause. Wir haben's geschafft. Taka hätte sterben können, Jin. Ihm geht's gut. Er hat alles gut gemeistert. Er hätte nicht kämpfen dürfen. Yuna. Ich weiß, du willst ihn beschützen. Aber du bremst ihn aus. Taka ist kein Kämpfer. Er könnte einer werden. Du kennst meinen Bruder nicht so gut wie ich. Du kannst ihn aber nicht immer in Schutz nehmen. Ich weiß, was das Beste für Taka ist. Du sorgst dich um deine Familie. Ich muss jetzt zurück. Wir müssen die Belagerung zerschlagen. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020